hallo und herzlich willkommen bei red dog gamble ich bin natürlich auf die jahr nach dem ticket und heute habe ich das spiel mit magic era of chaos ich wird das spiel mal starten folge drei machen und dann müsste es auch jeden moment losgehen hat nämlich schon das spiel heruntergeladen updates heruntergezogen und mein eitler account gesucht und gefunden also alles was ich immer vorher machen bevor ich aufnahmen machen weil es ist ja noch länger dauert das wäre scheiße so sind wir jetzt da gut dann machen wir erst mal einfordern der erste tag in diesem moment glaube ich ist das dann ok aber viele rote punkte die ich abfertigen möchte und ich probiere natürlich auch die dailies fertig zu kriegen fahr mal mit gratis an umsonst das kaufen wenn es umsonst ist kauf mal ach den haben wir schon übrigens wenn die bildqualität nicht so gut ist ich war gerade wieder dabei ein ubs studio einzustellen ich hoffe jetzt habe ich alles richtig eingestellt deswegen waren die letzten zwei videos nicht ganz so schön war nicht ganz so schön gewesen bach hundert machen wir mal hundert so das lässt sich doch sehen ein paar episch sachen da ein episch charakter dabei zumindest zwei teile davon hier auch drei teile von episch und charakter nice der ist voll der ist voll episch episch das sollte ja auch sein bei 100 da hier noch ein episch noch mal episch nicht schlecht wäre aber schön wenn da was legendäres dabei gewesen wäre aber bei silber truhe nicht bei goldenen schon aber das selber nicht na gut dann geht es mal hier weiter hier ist ein roter punkt angezeigt worden mein vip passt ist zu klein ok ich bin nur vip null habe ich auch noch keine punkte gekriegt ja naja zurück in der stadt gehen da haben wir noch einen roten punkt immer noch was ist denn das für ein roter punkt abschließen ach so bestätigen und hier auch noch mal ich würde die ganzen sachen ab oh nice erneut ein vorderney das mache ich nicht wie viele diamanten habe ich denn 17.000 17.000 habe ich 17.000 ach komm dann machen wir das doch da haben wir einmal hier abschließen geht nichts mehr tja und hier immer noch roter punkt gehen wir erstmal weiter missionen einfordern 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 schon fast fertig einfordern 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 hier sind wir schon fertig dann haben wir noch hier oben einmal die 7 einfordern das am ende gehe ich auf die helden erstellung hier nochmal 10 kiste nutzen und hier 5 nutzen aber hier noch einmal ach das gold erstmal nicht nutzen da hin gehen wir am ende rauf einheiten ne einheiten gehen wir am ende rauf vielleicht kriegen wir ja noch ein paar einheiten der skin ich sollte mit diesen spielen dann müssen wir den raus gut einmal umsonst drehen das ist nett das werden wir gleich mal machen bekommen 77 diamanten weil ich einmal drehe kostet 228 diamanten wenn ich gewinne kriege ich 77 diamanten oder was kriege ich noch was das wert wäre ich weiß es nicht ich weiß nicht was davon 228 diamanten wert wäre bestimmt einiges ich denke mal bestimmt die ganzen legendären teile hier 1 2 3 4 5 fünfmal legendäre teile wenn ich das hier nehme dann spare ich ist sozusagen einer umsonst machen wir mal so 1 2 3 4 5 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 Kann ich noch einen einsetzen? Neuer Assistent Auf Automatik stellen Schnell durchlaufen lassen Boah, ich bin aber voll am verlieren So, so ein bisschen habe ich verloren Einfach mal Noch zweimal darf ich kämpfen? Herausforderung Ich glaube, den müsste ich besiegen Erstmal holen wir alles raus Jetzt machen wir es aber noch richtig Nicht gerade Acht Stück darf ich nehmen Der ist aber Dann kommt der hier Kommt der hier Und der Und der Was haben wir denn da hin Und War der jetzt noch drin oder nicht? Es hat geleckt Nein, war nicht mehr drin Der hat in einen ausgewechselt Schweine Ja doch, das gibt es Obwohl ich nur sieben Einheiten habe Keine acht Gut Nächste Runde starten Oh, der ist ja viel stärker als ich Meine Güte Da Den hat er ausgewechselt Den er gar nicht auswechseln sollte Ich bin gespannt Alles auf der linken Seite Ja, das ist gut Dann laufen schon mal meinen Reiter durch Oh, der ist ja gerade zerpflückt Okay, Belohnung Einfordern Das war eine Kämpfe Königsturnier Blau Rot Wer bin ich? Keine Ahnung Wollen wir, dass ich hier immer noch drehe? Nein, will ich nicht Na ja, krieg wenigstens das Einmal gewonnen Rote Punkte Wo sind die rote Punkte? Umsonst Und hier auch noch umsonst Und da auch noch umsonst Jawohl Ergebnisse Da war ich doch gerade Und da müssen wir rote Hier ist auch kein rote Punkt mehr Das verstehe ich manchmal nicht Dann gehen wir da ein Auch kein rote Punkt Anmeldung Oh, für 20.000 Gold Ah, wenn ich Level 10 bin, kriege ich Davon drei Stück Ähm Da ist doch nichts Und da war ich doch auch gerade schon Heiliges Emblem Da waren wir heute noch nicht drauf Ladden Lager Statistik Sind das meine stärkste Dann warten wir damit erstmal mit den heiligen Emblemen Machen wir erstmal Ein bisschen habe ich hier was fertig Privilegiert Ah, einer fehlt mir davon Und bald bin ich ein Graf Nachrichten Einfordern Löschen Bestätigen Helden Was ist denn hier jetzt noch Ich glaube ich werde gerade Nichts mehr da Alles aktuell ist hier Okay Dann kommen jetzt Denk ich mal die Einheiten dran Der Rest würde ich mal sagen Haben wir schon Rekrutieren Meine zwei neuen Einheiten Pixie Da war da nicht noch einer geradezu Da hier Und Skelett Ganz unten Mit den schlechtesten Das ist zur Zeit noch Pixie Jetzt ist es schon mal grün Okay Weiter geht es erstmal nicht Bis auf blau Dann jetzt Levelaufstieg 60 Level 60 Lieber Scholli Oh Schon episch Den ersten epischen Gegenstand Freischalten Nice Sie ist fertig Jetzt kommt der nächste Oh Da komme ich ganz so weit Und weiter geht es nicht Gut Der ist auch schon Level 60 Und das geht zum nächsten Und das geht zum nächsten Ah Der wird noch nicht mal blau Aber doch Erste blau Stufe Wie es aussieht Aber jetzt geht es nicht mehr weiter Sade Sade Oh Jetzt habe ich auch keine Energie mehr Um die Leute auf zu levelen Gut Da war es bei denen auch schon mal Bei denen kann ich was machen Nice Einen Stern gekriegt Bei denen kann ich was machen Da ist wohl viel passiert gerade Ein Kristall Immerhin Gut Das war Jetzt sind meine Leutchen Die fertig sind Mission Oh Da fehlt noch ein bisschen was Pakete Komm Nur zu mal Jetzt doch Zack Jetzt habe ich wieder Geld Ach das sind Millionen Ah Ich dachte das sind tausend Das sind ja Millionen 27 Millionen Habe ich Nutzen So jetzt haben wir Einheiten Es geht weiter Fahre wir mit den Schwächsten an Und es ist immer noch Skelett Man kann ich da nicht machen Den kann ich jetzt noch weiter aufleveln Ach das war es auch schon wieder Ah Auf allem also durchklicken Hier steht ja jemand Mal ein guter Punkt Mal ein bisschen empfinden ob es ist Da ist zum Beispiel Ranghoffschläge Ich muss sagen Das war der falsche Knopf Und war ich stehen geblieben Ok Das ist auch episch Oh Oh Nice Hier war ja nichts mehr Gut Aber jetzt haben wir alles Hier kann man doch nichts mehr machen Bei Einheiten Ähm Gehen wir auf das Emblem Ja Was machen wir hier Hier muss ich Embleme einsetzen Aber bei wem setze ich ein bisschen die Embleme ein Aber bei wem setze ich ein bisschen die Embleme ein Also hier gehen nur blaue rein Blaues Emblem habe ich nicht Aber der ist doch blau Aber der ist doch blau Ah das sind also grüne Embleme Das ist anscheinend nur die Stufe Dann schauen wir mal Wer hat ein grünes Dann kriegt er episch Oder wir fangen wieder von hinten an Und das schlechteste kriegt das beste Emblem Grün Ich suche wohl grün Da ist grün Der kann ja gar nicht nehmen Doch Ausrüsten Zack Da ist auch ein grüner Der kriegt das zweitschlechteste Nicht vorne Nicht vorne Ah Hier Ah Hier Ei Ei Was ist denn das hier Ausrüsten So Oder kann der sich aussuchen Grün oder blau Ah Ich möchte nochmal den ersten mir angucken Wobei das Emblem drin ist Lichte auch rot und grün Ah das ist der Ausrüsten Obwohl Wenn er schon sagt rot und grün Weiß gibt es da welche Die haben nur rot oder nur grün oder Bei dem war ja rot und grün Dann ist glaube ich vielleicht gut Ein roter und ein grüner Dann bleibt auch dabei Sieg Sieg Okay Missione Missione Zwei einfolgen Ach die Maus Sieg Sieg Ach du sollst du schon bestichern Punkt Meine Güte Karin? Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Wollt ihr noch mal kurz? Ok. Legendär. Jawohl. Bei dem gibt es noch etwas. Nice. Inferno. Gibt auch noch etwas hier um. Ah, Angriff geht auch noch etwas. Hier geht auch noch etwas. Festung. Auch nur Geld. Oder kostet Geld besser gesagt. Die Bucht. Anscheinend braucht man hier ganz, ganz viele Einheiten für. Okay. Der leuchtet immer noch. Das kann doch nicht wahr sein. Alle roten Punkte hier weg gemacht. Oder vielleicht hier. Klasse. Das ist nochmal alles aufgeteilt. Hm. Der ist aber fertig. Was ist hier? Ach, dass er das gibt. Damit fertig, fertig, fertig. Ich muss nochmal auf Einheiten gehen. Weil. Jetzt müssen wir kämpfen. Ich brauche für den hier noch. Da. Sieben Stück. Dann nehme ich natürlich die schwerste Runde, die es gibt. Lass einmal in Zehner durchlaufen. Dann müsste ich die Sieben haben. Gehen wir zurück. Das gleich machen wir jetzt. So lang. Füssig. Keine Energie mehr. Ach warum ich in Zehner durchlaufen lasse. Naja. Oh, jetzt muss ich hier kämpfen. Reicht das auch? Na das reicht. Dann nächste. Sieben eins. Also ich bin in Runde sieben, denke ich. Nächste Stufe wäre Leila. Schön. Machen wir den auch gleich mit fertig. Ah, das ist schön. Kein Elixier mehr. Und da ich ja den einen aus Versehen zu oft durchgelaufen bin. Mal gucken wo ich den über benutzen kann. Okay. Bei den hier. Bei den hier. Oh, das war's. Habe ich jetzt die Mission fertig? Ah, da fehlt noch einer. Das habe ich noch nicht gespielt. Los. Kampf. Ich muss acht Leute einsetzen. Okay. Erstmal den stärksten. Dann kommt da rum. Der stärkste Verteidiger rein. So. 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 Der kommt nicht rein. Ich habe schon vier. Die müssen neben dem da stehen. Nein. Okay. Obwohl es ist nur zwei Stück. Die Armee. Achso. Ich brauche noch. Den Helden. Nimm mal den schlechtest. Kampf. Oh, das sind ja zwei Busse. Da bin ich jetzt mal gespannt. Boah. Zack. Down. Down. Okay. Flammlord. Können wir schon mal vergessen. Flammlord. Dann schauen wir uns mal den Blitzlot an. Hm. Es ist nur ein einziger. Okay. 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 Kampf. Ah, schon wieder der Held. Dann aber jetzt meinen starken Held. Okay. Und ich starte mir das Ganze. Es regnet. Es müsste eigentlich schädlich für den Blitz-Lord sein. Boah, der hat alle gestunt. Das ist ja unfair. Guck mal, ich kann nichts machen. Ist das nicht unfair? Ah! Okay. Der hat nicht einen Schlag abgekriegt. Und der Erd-Lord, wie sieht der aus? Hat der eine Chance gegen mich? Oder, besser gesagt, habe ich eine Chance gegen ihn? Der macht bestimmt gleich Erdbeben und dann fallen alle meine Leute um. Ja, ich brauche noch ein bisschen Schaden. Aber ob das was bringt, keine Ahnung. Mein Held noch? Äh, den Kreis habe ich die genommen. Dann nehme ich jetzt den hier. Ach, was ist denn drinnen? Ich starte mir das Ganze mal. Niederlage. Der Erdbeben. Der Erd-Lord möchte auch nicht. Mission. Ich habe da leider nichts geschafft von dieser Mission. Gehen wir mal zum nächsten Drachentöter. Kampf. Ach, den schaffen wir doch auch nicht. Also ich hatte hier nur die Idee, es ist drin. Ich glaube, das dauert bisher, macht er einmal Flächenschau und dann sind alle tot gewesen. Deswegen habe ich mir gedacht, damals, damals, vor langer, langer Zeit, dass ich nur die Idee, es reinsetze, um ihn so schnell wie möglich down zu kriegen. Aber ich glaube, das hat auch nicht geklappt. Dann kriege ich mal ja gar nicht down. Genau. Doch. Down. Dann kriegt man ja doch down. Nice. Jo, und das war auch das Letzte, was uns fehlte. Jetzt haben wir, also sind noch ein paar Baileys da, aber das Ziel vom Tagesquest haben wir erreicht. Schauen wir mal hier nach. Hier brauche ich noch sechs solche Königsembleme, damit ich die letzte Stufe fertig kriege. Und dann bin ich kein Graf mehr. Dann bin ich ein, oh ne, dann bin ich ein Graf. Jetzt bin ich ein Wiscount. Wiscount? Was ist ein Wiscount? Danach bin ich ein Graf und probiere, der ist wohl ein Herrzog. Großherzog. Prinz. König. Königsladen. Okay. Die roten Punkte haben wir ja schon vorhin geschaut. Und da ist nichts, was ich irgendwie machen könnte. Oh, jetzt doch. Bestätigen. Und hier. Gut. Hier war es einmal drehen. Der verschwindet jetzt. Bei dem war das Duell gewesen. Da habe ich schon drei Duelle hinter mir. Einfordermuster noch. Was ist das? Ja. Der ist aber immer noch da. Ach, schon wieder. Der kriegt immer wieder was. Deswegen steht da immer wieder. Das ist schon wieder. Wenn ich rausgehe, ist wieder roter Punkt. Weil ich mir hier zwei Punkte abholen kann. Gut. Königsturnier geht es bei mir noch nicht. Oder? Gegnersuche. Letzter Kampf. Und das ist meine Kampagne 7, wo ich bin. Ich kann nur mit fünf Leuten kämpfen. Und dann kann ich nur mit die kämpfen, die nicht der Finsternis angehören. Dann machen wir es so. am besten ist den setzt man ein bisschen weiter hinten, den nach vorne, ne warte, den auch nach hinten, den nach vorne, setzt man den da hin, dann probieren die, wenn es den kaputt zu machen und dann gehst du das, 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 weiter, oh, meine zweite Welle, da haben wir jetzt einmal die hier, die muss schon auf den machen Kampf, ok da kommt meine erste automatisch und geschwindigkeit ok super das war ein super Durchmarsch genau eine Minute, also ich denke, das wären zwei Sterne dann jetzt kommt der zweite Durchmarsch ich hoffe, dass es nicht weiter durchmarsch wird, aber ich denke schon und oh, das wird ein bisschen schwieriger jawohl, aber auch ein Durchmarsch durchmarsch los starten und genau das gleiche weiter ok und krass 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 das war knapp 1,29 1,31 ok Kampf Freude, da trönen wir uns auf den Sieg Shit Starten Ok Jetzt ist der erste Kristall kaputt und der Ok Ja doch Das könnte ich noch schaffen Weil oben hat mein Charakter gerade Die Bäume beschworen Ja Fast 2 minuten Kampf Oh oh Da war ein Pferd habe ich gerade gesehen Da unten rechts Der reitet gleich vorbei Zu meinem Magier Nein Da habe ich nicht aufgepasst Da habe ich so schnell weiter getan Ich bin ein Pferd Ich bin ein Pferd Ich habe einen Pferd Ich bin ein Pferd Ich bin ein Pferd Da muss ich den ein Pferd Hier rüber ziehen Und noch mal kampf Gut Gut Das war noch mal Eine Chance kriegt Ich bin ein Pferd Ich bin ein Pferd Ich bin ein Pferd Ich bin ein Pferd Und ich bin ein Pferd Das ist die Pferd Da geht's nicht. Ah, Mist. Noch Krab auf dem Himmel geschafft. Boah. Hab ich Glück gehabt. Der letzte Kampf. Ich bleib bei Licht. Dunkel hab ich nicht so viele Einheiten. Guck mal, ich hab nur 5. 5 Dunkeleinheiten. So, machen wir es so hier. Zack, zack, zack. Und die nach hinten. Der wird ganz schnell fallen. Ganz hinten der Rost des mittig geschworenen Bäume. Geschworenen Bäume. Der wird wieder aufgelenkt. In der Zeit. In der Zeit. Können wir den anderen Leute. Die Minions zerstören. Das hab ich locker gewonnen. Locker. Super. Ich bin stolz auf euch. 2 Minuten und 9 Sekunden. Eieiei, hat das lang gedauert. Kampf. Oh, hier ist auch ein Boss. Schau mal, wie schnell er da unten fällt. Wie unfair ist das denn? Die Porten sich in der letzten Reihe von der Linken. Aber, kein Problem. Und nicht mal eine Minute. Gut. Das war der letzte Kampf. Ich hab 0 übrig von 4. Schiffswerft. Was war das? Achso. Hier die Leute. Einsetzen. Und dann starten. Ah. Ich kann keinen Hellen einsetzen. Ich gehe höher. Dann kommt der Gegend. Das wird ausfüllen. Der Aufgang ist, um mehr Gold erhältst. Ich brauche 3600. Habe ich nicht. Und da? 1400. Da kann ich doch den benutzen. Ha. Für diese Mission gibt es keine Hellen Einschränkungen. Hallo, warum kann ich da nicht einfach einen benutzen? Tja, 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 tja. Ah, die sind hier schon eingesetzt. Deswegen. Der kämpft noch 7 Stunden. Wie länger hat er bitte schon gekämpft? Hier 7 Stunden. Und hier auch. Okay. Ich weiß Bescheid. Ich möchte mal den Hellen nehmen. Zack. Äh. Einheiten. Ich werde wieder Alu kurz rausschmeißen. Und. Nochmal. Neu. Bilden. Die Stärkste dahin. 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 Immer abwechselnd. Um und dann. Um und dann. 说明。 ghaldusk Jordan. I don't need it anymore. Dann machen wir jetzt mal den Kampf. Ein Drache ist da. Ah, ich kann vorspülen. Das sieht hier auch cool aus. So ähnlich ist er damals meinem Bundesliga-Mensch auf Amiga. Witzig. So, Kampf. Machen wir nochmal das, wenn es geht. Vorspulen. Oh, verloren. Gut, haben wir das gemacht. Ach, hier noch Abenteuer. Was für ein bisschen war das? Zum Baum. Gerücht. Mission erhalten. Warum musste ich hin? Warum musste ich hin? Angreifen. Schauen wir mal kurz wie das wird. Normaler Kampf, wie immer. Schauen wir mal kurz. Schauen wir mal kurz. Schauen wir mal kurz. Dann kommt der. Kommt der. Kommt der. Kommt der. Der da rein. Und der letzte. Kampf. Automatik, höchste Geschwindigkeit. Und schauen wir uns das Bild an. Ah, voll verloren. Ja, ich bin noch zu schwach. Und wurde zurückgeportet. Okay. Gut, 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 gut. Dann würde ich mal sagen, das war's für heute. Auch lang genug gespielt. Bestätigen wir das abbrechen. Holen das Ticket ab. Und dann würde ich mal sagen, Dankeschön fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss.